Drei Camping- und Wandergadgets, ohne die ich nicht mehr verreise. Mit einem Gepäcknetz kannst du Handtücher oder Decken platzsparend unter dem Dachhimmel im Auto verstauen und Müffelt-T-Shirts oben auf den Gummibändern aufspannen und trocknen. Die superkleinen und superhellen COB-Lights kannst du überall anklippen oder magnetisch befestigen. Ein günstiges Viererset gibt es ab ca. 15 Euro und sie sind gleichzeitig ein Flaschenöffner. Mit dem super schnell trocknenden Mikrofaser-Badeponcho kannst du dich am Campingplatz ungestört umziehen und du hast das perfekte Outfit für den Weg zum Sanitärgebäude. Links gibt es im Broadcast-Channel oder schreib mir eine DM.